Musik Harry Weinfahrt hier auf dem roten Teppich bei der goldenen Sonne mit seiner Frau. Harry, einen schönen guten Tag, grüße dich. Hallo, servus miteinander. Lange nicht gesehen, das heißt, wir waren auf der Messe in Stuttgart letztes Mal zusammen. Ja, das ist aber wirklich lange her. Das ist schon wieder ein paar Jahre her, das war noch vor Corona, genau. Ja, man darf jetzt nur Glück wünschen, der Preis ist heiß. Danke schön. Wieder, come back. Wie geht es weiter, was gibt es für Sendungen, die da fortgesetzt werden? Also ich habe eine neue Serie bereits abgedreht, die da heißt Schlager mein Leben. Und der werde in September, Oktober ausgestrahlt. Und Ende Oktober, November gehe ich wieder ins Studio und zeichne neue Folgen von der Preise sei es auf. Also da kann man sich wirklich freuen. 40 Jahre deutsches Privatfernsehen haben wir ja heute. Auf wen von den Kollegen freust du dich wieder zu treffen? Also vor allen Dingen auf Dr. Thoma, der große Macher hinter den Kulissen, mein ehemaliger Programmchef Marc Konrad und dann all die Kolleginnen und Kollegen, die da sind. Genau, und dann einen schönen Abend heute verbringen und eine Party machen. Richtig. Dankeschön, ja, machen wir. Ja, alles klar. Alles Gute, Hübner, du hast ja für RTL auch viel gemacht am Anfang. Am Anfang, ja, das war 1988 bin ich dazugekommen, habe dann erstmal ein Schülerquiz moderiert, bin dann in die Redaktion reingewandert, bin als erster festangestellter Moderator, so hat man mir gesagt, dann bei RTL dann fest verankert gewesen. Und dann kam sehr schnell das ZDF, was mir eigentlich gar nicht recht war, weil ich mich bei RTL super wohl gefühlt habe. Aber die Chance konnte ich natürlich nicht verstreichen lassen, beim ZDF dann auch mal vorbeizuschauen und das ist dann länger geworden. Und mittlerweile kümmerst du dich natürlich auch sehr stark um den Nachwuchs und um neue Künstler, so wie heute hier an deiner Seite, die Vivian. Genau, Vivian habe ich Gott sei Dank entdeckt, weil ich hatte eigentlich mit dem Nachwuchsfördern, was das Management angeht, längst aufgehört. Aber dann hat sie ein Album herausgebracht, selbst getextet, selbst die Kompositionen mitgemacht und das hat mich so gefesselt, dass wir gesagt haben, also Frank Jarosch, der das Management dann auch macht, wir lieben diese Musik und wir müssen mal die Dame kennenlernen. Und das war dann ganz schnell klar, die werden wir gerne beraten. Es nennt sich Management, aber da sie alles weiß, wie es funktioniert und auch gut macht, sind wir an ihrer Seite, sitzen manchmal nur da und schauen zu, aber sind manchmal auch super stolz, wenn alles so wunderbar läuft. Genau, jetzt wollen wir natürlich noch ganz kurz wissen, was kann man von dir hören und erleben? Ja, hören kann man von mir eigene, selbstgeschriebene Musik, wie zum Beispiel von meinem Album Gedankenkausse, ich arbeite gerade an meinem zweiten Album und auch da wird es wieder selbst getextete Lieder geben von mir. Dann wünschen wir dir viel Glück und viel Erfolg. Bis später. Danke. Jörg Träger. Hallo. Hallo, für Promi-Geflüster sind wir hier am Start. Ja. Grüß dich. Ja, also wir haben gerade festgestellt, 40 Jahre deutsches Privaternsehen wird gefeiert. Ja, da war ich alleine 60 dabei. Aber wir haben ja wirklich die letzte Zeit so ein bisschen, die Comebacks. Du hast ja wieder anfangen dürfen mit Geh aufs Ganze. Ja, wir haben sozusagen den Ball losgetreten, haben ihn erfolgreich losgetreten und werden dieses Jahr nochmal treten. Nochmal treten? Wann geht es da weiter? Wir sind alle schon gespannt drauf. Ach, ich sage mal so nach dem Sommer. Okay, dann fangen wir mit den Aufzeichnungen an, oder? So wird es sein, ja. Okay. Man erfährt natürlich auch viel in den Social Medias bei dir. Du bist ja da sehr aktiv. Finde ich ganz gut, dass du das nicht so dichter gegen wärst. Ne, ich sage mal, das ist man heutzutage, ich mag sowas eigentlich wirklich nicht. Aber das ist man denen, die einem treu geblieben sind, ist man das einfach schuldig. Und in der Rückkoppelung, muss man auch ehrlicherweise sagen, macht das auch einen Riesenspaß. Wähle 333 auf dem Telefon. Das ist Graham Bonny hier mit seiner Frau. Hallo, ihr beiden. Grüß dich. So weit habt ihr ja, glaube ich, gar nicht. Nee, so weit. Eine Stunde. Eine Stunde, ja. Das macht man doch gerne. Sonnenklar TV steht ja für Urlaub. Wart ihr schon in Ferien? Ja, wir waren auch schon in Ferien. Wir waren auch schon auf Schlagerreise mit Fly und Hell. Und ja, wir reisen immer gerne. In der Dom Rap, in der Dom Rap waren wir. Und wir waren auch in Gran Canaria. Und wir fliegen bestimmt, wenn alles gut geht, nach England in zwei Wochen. Und dann von England vielleicht irgendwo nach Neuseeland oder so, wenn wir Zeit haben. Was macht die Musik? Gibt es was Neues? Ist was eine Planung? Ja, es gibt eine Tournee, die ich mache mit Peggy March, die Schlagelegende, wir zwei. Und wir arbeiten an einer Showpiece im Moment. Und das machen wir in Bad Kissingen. Und ja, ich werde im Studio auch gehen. Ich muss, wir haben gerade gesagt heute, wir machen Urlaub und dann Arbeit. Urlaub und Arbeit. Ja, das ist doch eine gute Alternative so und ein guter Zusammenhang dann. Genau. Euch einen schönen Abend und alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.